Das sieht ja nicht ganz so stark aus, was der Markt da aktuell macht. Wir sehen hier den Dow Jones, YM ist das Kürzel für den Future, den entsprechenden, und da sehen wir, dass die jüngsten Bewegungen hier im 15-Minuten-Chart jetzt im Laufe des heutigen Mittags dann doch deutlich nach unten zeigen. Also abwärts ist das Gebot der Stunde. Die Richtung zeigt ganz klar den Süden, was wir hier im Moment haben. Das ist nicht so super unrealistisch, auch wenn ich hier mir beim Dow am ehesten noch vorstellen konnte, dass er schon lostritt, insbesondere weil wir ja schon in der Nähe dieser Kiste waren. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass das so ein Klassiker ist, so 38 zu erreichen. Und wenn es ein bisschen weniger ist, ist es jetzt auch kein Drama. Aber dann sollte die Aufwärtsbewegung stark sein. Ja, das war sie ja wohl, aber die Abwärtsbewegung schwach. Ja, das sieht jetzt nicht schwach aus. Also insofern ist das überhaupt gar keine Einladung, hier irgendwas nach oben hier als Trigger zu verwenden, in diesem Moment zumindest mal. Und dadurch wird halt diese Kiste, die wir hier nochmal aufgezogen haben, deutlich realistischer. Also es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir die tatsächlich nochmal erreichen. Das muss nicht bedeuten, dass diese Kiste dann nach unten ausgeschlagen wird, aber das wäre sozusagen so eine klassische Zielgröße für diese Korrekturmuster. Mal sehen, vielleicht geht er ja da rein. Das würde mir die Chance geben, von einer ordentlichen Korrektur auszugehen, um anschließend dann weiter nach oben zu gehen. Allerdings muss er da die Drehbewegung auch zeigen. Wie er das macht, wisst ihr. Nämlich, indem er einmal dann wieder stark nach oben geht. Ein bisschen zumindest mal und wackerlich nach unten. Aber ein bisschen muss er das zeigen. Viele wünschen sich ja immer, ja, ich will aber ganz unten einsteigen. Ja, will ich ja auch. So ist es nicht. Aber das gelingt einem halt nicht immer. Cluster wäre da eine Möglichkeit, mit denen man da vielleicht suchen kann. Also so ähnlich wie hier, wenn viele Marken übereinander liegen. Das kann man hier natürlich auch versuchen, in der Hoffnung, dass dann der Kurs eben da an dieser Marke dann eben entsprechend dreht. Wir können das mal so ganz grob hier mal durchexasieren. Zum Beispiel die Fibonacci Retracements. Die haben wir jetzt ja hier schon mal gezeichnet. Da kann man sich noch streiten, ob man diesen oder diesen Punkt nimmt. Das macht aber jetzt hier nicht so arg viel aus. Lassen wir das ruhig mal hier stehen. Dann die größte Rückwärtsbewegung bei dieser hier. Wenn sich die genauso groß nochmal fortsetzt, dann wäre das ebenfalls so diese Marke. Man kann nochmal Extensions angucken, also Gegenbewegung. Das sind alles keine Beweismarken. Aber es sind halt so kleine Hinweise, wo der eine oder andere hinguckt und sagt, ja, das ist doch ganz typisch eigentlich so als mögliches Drehmoment. Und je mehr Marken eng beieinander liegen, desto größer ist die Chance. Das wäre jetzt hier beim Dow ungefähr bei 34.520. Allerdings in einer gewissen Range. Also das ist jetzt nicht ganz klein oder ganz eng. Achtet mal aber so ungefähr auf diese Range, ob da vielleicht so um die 500er Marke vielleicht dann ein bisschen Unterstützung dann eben aufkommt. Muss jetzt nicht genau auf die 500 sein, aber so plus minus 500. Aber auch da empfehle ich nochmal genauer hinzugucken, nämlich ob der Kurs dort einen Abpraller macht. Also sprich dann wieder einen kleinen Schub nach oben und dann wackele ich runter. Das ist immer ein zusätzliches, ein, wie ich finde, sinnvolles Indiz, um reinzukommen. Der S&P, Entschuldigung, wir sind bei ES. Das ist der S&P Future. Der hat ja ebenfalls so diese Cluster-Marken. Zwei davon habe ich jetzt hier mal zumindest. Da kann man sicherlich noch die eine oder andere auch aus der Symmetrie noch überlegen, ob es die noch da gibt. Aber das würde ebenfalls nochmal ein bisschen tiefer gehen. Von mir aus 4.355. Da geht das so langsam aber sicher los. Diese Marke hier im Umfeld 4.340. Auch das wären alles keine Dramarücksetzer. Auch wenn das vielleicht dann mal anmutet wie eine ziemlich doofe Bewegung. Aber das sind alles eigentlich Rücksetzer, wo ich sage, sie würden diese Korrektur, und das ist ja jetzt hier irgendwie sowas in der Richtung, so wie es aussieht, die Hochs, die Fallen, die Tiefs, die Fallen, das würde das wunderbar abschließen und würde im Prinzip das hier als eine echte Dynamik bestätigen mit einem hinreichenden Rücksetzer. Und wenn es dann dort zu einem wieder aufgenommenen Dreh kommt, also dann im Kleinen vielleicht, Schub hoch, wackelig runter, so ähnlich das dann hier in diesem Umfeld, also quasi hier in diesem Umfeld, wäre ein Indiz dafür, dass der Kurs dreht. Aber damit müssen wir rechnen. Aber anders als der Dow Jones ist das hier sogar gar nicht so schlecht, das Bild, denn die Aufwärtsbewegung ist ja diese relativ starke und die letzte, also das war diese hier, und die letzte Abwärtsbewegung, die wir hier haben, die ist noch nicht ganz so dramatisch wie das, was wir beim Dow hatten. Also wir sehen, dass wir hier doch noch relativ korrektiv und noch einigermaßen verhalten nach unten gehen. Also der S&P steht eigentlich, was das angeht, fast besser da und hat bessere Chancen hier nochmal nach oben. Und wir sehen für alle Intraday-Freunde jetzt zumindest mal so einen schnellen Anstieg. Und genau das ist das, was ich mir idealerweise hier wünschen würde. Aber so einen schnellen Anstieg hier, und für alle, die da ein bisschen drauf gucken wollen im Kurzfristigen, achtet mal drauf, ob ihr jetzt sowas bekommt, also irgendwas, was möglichst wackelig ist, mehrfach, oder von mir aus auch A, B, C, dann hätte man zumindest vorläufig erst nochmal die Long-Richtung auf dem Plan. Also das wäre eine Idee, um hier im Kleinen drauf zu gucken. Das werden wir dann nochmal sehen, denn die Abwärtsrichtung, das sehen wir ja schon, sieht doch ganz schön korrektiv aus durch die ganzen vielen Kursüberschneidungen. Aber dieser Raum bleibt weiterhin erst nochmal offen für den Rücksetzer. Tja, wie sieht es beim Nasdaq-Index aus? Ist der Nasdaq-Future jetzt hier in dem Moment? Ich gehe mal raus aus dem Minuten-Chart. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen arg kurz. Machen wir mal das hier. Auch hier die Aufwärtsbewegung ja noch einigermaßen gut. Die Abwärtsbewegung, also nicht nur einigermaßen, die ist ja ganz okay, die Abwärtsbewegung ganz klar wackelig. Das lässt eigentlich eher vermuten, auch wenn ich das total doof finde in diesem Gesamtbild. Das sagt mir nämlich erst mal gar nichts, beziehungsweise ein bisschen sagt mir das schon was. Das hier ist super. Und hier würde ich mir auch eigentlich sowas wünschen, damit wir wieder aufgeräumte Verhältnisse haben. Nicht immer passiert das, was ich mir wünsche, aber das wäre natürlich gar nicht so schlecht, wenn wir das nochmal bekämen. Dann hätten wir nämlich unser klassisches Bild mit einer Korrektur. Dann wiederum würde ich sagen, geiler Anstieg, klassische Korrektur und dann der Aufwärtsarm nach oben mit Überlegungen hier vielleicht ein Cluster zu finden oder im Kleinen dann das entsprechende Muster, um reinzukommen in den Markt. Also ihr seht ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft. Da das aber jetzt hier noch sehr korrektiv aussieht, würde ich jetzt nicht auf die Short-Seite wechseln wollen. Warum? Guckt euch doch diese Abwärtsbewegung mal an und zwar ohne meine blaue Linie. Dann seht ihr abwärts, ja, aber Gegenbewegung. Abwärts, ja, aber Gegenbewegung. Abwärts, ja, aber Gegenbewegung. Abwärts, ja, aber schon wieder Gegenbewegung. So sieht kein echter starker neuer Trend aus normalerweise. Aber es geht abwärts und ist offensichtlich nicht der starke Trend. Also ist das wohl eher die Gegenbewegung. Das heißt, hier bin ich fast versucht zu sagen, lass den erst noch mal nach oben kommen. Sieht besser in diese Richtung aktuell aus. Also Nasdaq steht da einigermaßen gut da im Verhältnis. Zumindest mal machen die ganz guten Eindruck. Und das erklärt wahrscheinlich auch, weil die Titel, die da drin sind, natürlich zum Teil ja auch hier breit vertreten sind im S&P. Und dementsprechend auch hier ja das Bild in der Abwärtsseite nicht ganz so dramatisch eben ist. Beim Dow Jones mit den Standardwerten oder mit den Langeweile-Titeln ist das schon deutlich weniger vertreten. Und dementsprechend geht die Bewegung eben nach unten. Ganz anders, aber trotzdem ein Blick wert ist der DAX. Der DAX ist im Moment klar auf der Aufwärtsseite, finde ich aber doof. Jetzt kann man von meiner Meinung halten, was man will. Die ist auch nicht wirklich maßgeblich. Aber das ist die Aufwärtsbewegung aktuell. Entscheidet ihr, ob das ein richtig geiler Bullenmarkt ist? Entscheidet ihr, ob ihr sagt, so sieht das aus, wenn Leute kaufgeil sind, wenn sie gierig sind, mehr zu haben? Ich finde das nicht, ehrlich gesagt. Ich habe den Eindruck, dass das eher korrektiv aussieht. Und korrektiv in Trendrichtung ist nicht typisch. Das ist entweder Teil einer Korrektur, wenn es Teil einer Korrektur wäre, müsste es nochmal einmal nach unten gehen. Oder es ist Teil der Aufwärtsbewegung, dann allerdings die letzte Welle. 1, 2, 3, 4 und die letzte Welle, dann müsste es auch als nächstes nach unten gehen. Für mich ist eigentlich so eine Zielgröße, wo ich den Markt idealerweise sehen möchte, ungefähr auf diesem Bereich, ungefähr 15.450. Dann hätten wir wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, das war jetzt die Korrektur, jetzt ist aber auch endgültig rum. Das ist ja auch Fibonacci-mäßig. Fibonacci ist ja jetzt auch keine heilige Zahl, um Himmels Willen. Mathematisch aber durchaus nicht uninteressant. Aber wenn wir jetzt das mal so ungefähr sehen, dann sind wir auch in einem ganz typischen, in einem klassischen Bereich, um die 38er Marke wieder. Und ja, wenn es dann um die 50er doch noch wird, na gut, meine Güte. Aber dann hätten wir gute Voraussetzungen, dann den nächsten Arm erstmal nach oben zu machen. Ich persönlich, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich völlig falsch drauf, aber das finde ich nicht attraktiv im Sinne einer bullischen Bewegung, wenn es dauernd so komische Überschneidungen und sowas gibt. Na gut, auf mich kommt es nicht drauf an. Aktuell ist der Kurs auf dem Weg nach oben. Jetzt in diesem Moment von Shorts zu reden, macht nicht wirklich viel Sinn. Ihr seht, dass solange die Bewegungen so sind und es klein, und wenn es nur im kleinen Bild wackerlich runterkommt, Fortsetzung nach oben ist sicherlich nicht die schlechteste Variante. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute und sage liebe Grüße.